Ich bin beauftragt worden, vor drei Jahren in Musikerheim ein Bild zu malen, nämlich die Bergleite, das Geschehen von der Bergleite. Und ich habe das gemahlen. Ich war 44 Jahre tätig in Bergbeck und da habe ich mir das so vorgestellt, diese Malerei, nach meiner Tätigkeit. Und ich habe es so gezeichnet. Und nämlich, wir sind ja alle, wenn man so schaut, im Bergwerk, ob Vorgesetzter oder Bergmann, ist alles gleich. Wir müssen gemeinsam arbeiten, die genauso wie im Obertag, die genauso wie im Untertag, dass das alles überreinstimmt, was ausgemessen ist.